Es geht um die ganze Energieeffizienz vom Haus, von der Dämmung generell. Und da ist halt dann die Frage, wie setzt man es um, was genau kommt denn dann? Es sind so viele Fragen offen, wo man jetzt noch gar nicht weiß, wie ist denn das zu verstehen. Es sind wahnsinnig viele Verbote in diesem Gesetz, wenn man das so durchliest. Und wenn man dann mit Handwerkern, Bauleitern, Projektmanagern und so spricht, die stellen sich alle die Frage, wie wollen wir das umsetzen oder das ist zum Teil gar nicht umsetzbar. Da wird mit Sicherheit nachgebessert werden müssen, weil so ganz funktioniert das noch nicht.